Polizeiberichte Berlin 26. Dezember 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Überfall auf Tankstelle, Festnahme Nummer 2442 Kräfte des Polizeiabschnitts 52 nahmen heute früh in Kreuzberg einen mutmaßlichen Räuber fest. Nach den bisherigen Ermittlungen und der Aussage des 31-jährigen Kassierers einer Tankstelle in der Gneisenau-Straße betrat der 21-Jährige gegen 4.20 Uhr den Shop-Bereich der Tankstelle, vermunkte sich, bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Nachdem der Mitarbeiter die Forderung erfüllt hatte, soll der Markierte versucht haben, den Verkaufsraum zu verlassen und musste feststellen, dass die Tür verschlossen war. Daraufhin habe der Tatverdächtige den Verkäufer erneut mit der Waffe bedroht, der sich zwischenzeitlich auch eine Schreckschusswaffe genommen hatte, auf den Angreifer zielte, schließlich in einen Nebenraum flüchtete und sich in Sicherheit brachte. Der 21-Jährige versuchte erfolglos, die Tür gewaltsam zu öffnen und soll in dem Verkaufsraum unter Abgabe eines Schusses aus seiner Schreckschusswaffe randaliert haben. Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann wenig später im Verkaufsraum fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei der Direktion 5, City. Der Mitarbeiter blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an. Bericht, Autofahrerin und Beifahrer schwer verletzt. Nummer 2443 Gestern Nachmittag wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 76-Jährige gegen 16.15 Uhr mit ihrem Kleinwagen die Blomstraße vom Geetschmann-Pfad kommend in Richtung Illichstraße und verlor in Höhe der Einmündung des Höschweges aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei geparkte Pkw. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin des VW sowie ihr 80-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide mit Rumpverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurden. Lebensgefahr soll für die Verletzten nicht bestehen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4, Süd, übernommen.